Im Vertrieb ist regelmäßiges und konsequentes Nachfassen ein wichtiger Baustein. Nur 3% aller Abschlüsse werden mit den ersten beiden Kontakten gemacht. Dennoch fassen nur 12% aller Verkäufer überhaupt ein drittes Mal nach. Für den Aufbau einer qualitativen Beziehung zu Ihrem Wunschkunden ist das jedoch viel zu wenig. Denn 80% aller Abschlüsse werden zwischen dem 5. und 12. Kontakt vollendet. Für eine so intensive Kundenbetreuung fehlt in der Praxis oft die notwendige Zeit. Die täglichen Aufgaben halten vom konsequenten Nachfassen ab. Aber was wäre, wenn Sie sich ganz auf den Verkauf konzentrieren könnten? Wenn wir dafür Sorge tragen, dass Sie bei Ihrem Wunschkunden am Tisch sitzen und keine Deals mehr aufgrund einer zu geringen Kontaktfrequenz verpassen würden. Das einzigartige GoMahiMahi-Follow-Up-System bietet Ihnen genau diese Möglichkeit. Durch kreative Kontaktaufnahmen in einem mindestens 6- bis 12-monatigen Prozess erreichen Sie die Top-Entscheider und entwickeln ein Geschäft mit Ihren potenziellen Kunden. Mit einer Kombination von verschiedenen Kanälen werden die Kandidaten in den einzelnen Phasen des Follow-Up-Planes mit hochrelevantem Content bespielt. Das sind neben digitalen Nachrichten auch physische Präsente oder beispielsweise eine VR-Brille mit einer persönlichen Botschaft von Ihnen direkt an den Entscheider. Mit dem GoMahiMahi-Dashboard erhalten Sie jederzeit die volle Transparenz über Ihre Kunden und die Phase, in der Sie sich derzeit befinden. Die einzelnen Aktionen sind vorab klar definiert und tragen im Follow-Up-System dazu bei, Sie bei Ihren Kunden an den Tisch zu bringen. Lassen Sie uns gemeinsam loslegen, um das Beste aus Ihren Kontakten herauszuholen. professionell, persönlich, zielgerichtet mit System. GoMahiMahi. Wir machen Vertrieb. Jetzt Termin vereinbaren.